Cast Arena, oh, 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 türkischer Fußball und die Super League, die Spannung wächst, ja, 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 analysieren, diskutieren, jede Taktik in der Arena des Mikrofons. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Fenerbahce steht möglicherweise vor einer Entscheidung über die Zukunft seinem Mittelfeldspieler Rade Krunic. Seit seinem Wechsel vom AC Mailand im letzten Transferfenster hat Krunic Schwierigkeiten, sich an die Dynamik und die Anforderungen der Super League anzupassen. Am 32. Spieltag der Trentio Super League besiegt Fenerbahce Fatih Karagümrück auswärts mit 2 zu 1 und hielt damit seine Meisterschaftshoffnungen am Leben. Der Klub startete schwach in die Partie und fand nur schwer seinen Rhythmus, was sich vor allem in der ersten Halbzeit zeigte, als Fatih Karagümrück kurz vor der Pause durch Can Keles in Führung ging. Die zweite Halbzeit begann jedoch vielversprechend für Fenerbahce, als Eden Dzeko in der 49. Minute traf. Kurz darauf ging Fenerbahce durch einen von Michi Batsue verwandelten Elfmeter in Führung. Als Karagümrück's Ryan Mendes in der 77. Minute das Feld verwiesen wurde, war Fenerbahce in Überzahl und nutzte dies, um das Spiel zu kontrollieren und schließlich mit 2 zu 1 zu gewinnen. Trotz des Sieges wurde nach dem Spiel viel über die Leistung von Rade Krunic diskutiert. Der bosnische Mittelfeldspieler, der bisher 16 Spiele für Fenerbahce bestritten und dabei einen Treffer erzielt hat, steht wegen seiner Leistungen unter kritischer Beobachtung. Berichten zufolge hat Krunic große Anpassungsschwierigkeiten und Fietz sich durch die Kritik an seiner Spielweise demoralisiert. Gegenüber seinem engsten Umfeld soll er geäußert haben, dass er zwar nach bestem Wissen und Gewissen spiele, aber die Erwartungen nicht erfülle. Diese Situation hat zu Spekulationen geführt, dass Krunic und Fenerbahce am Ende der Saison getrennte Wege gehen könnten. Die Diskussionen über seine Zukunft im Verein sind in vollem Gange, wobei seine anhaltenden Leistungsprobleme und offensichtlichen Anpassungsschwierigkeiten als mögliche Gründe für eine Trennung angeführt werden. Für Fenerbahce stellt sich nun die Frage, ob dem Mittelfeldspieler mehr Zeit zur Anpassung gegeben werden soll oder ob eine Trennung für beide Seiten die bessere Option wäre. Die endgültige Entscheidung dürfte sowohl von den verbleibenden Saisonspielern als auch von den strategischen Überlegungen des Vereins abhängen. Einer Liga, die für ihre Intensität und ihre unvorhersehbaren Ergebnisse bekannt ist, bleibt die Zukunft von Spielern wie Krunic oft bis zum letzten Moment ungewiss. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um seine Position bei Fenerbahce zu festigen oder vielleicht sogar neue Wege einzuschlagen. Damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.